Was ist das Arbeitsentgelt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Der Begriff des Arbeitsentgeltes ist für die gesetzliche Rente sehr wichtig, denn Arbeitsentgelt kann als Hinzuverdienst zur Rente oder als bei der Einkommensanrechnung für die Grundrente herangezogen werden. Das Arbeitsentgelt, also hinter dem Begriff Arbeitsentgelt, verbergen sich alle laufenden oder einmaligen Einnahmen aus einer Beschäftigung. Unabhängig davon, ob Sie einen Rechtsanspruch darauf haben oder nicht. Und zwar zählen wir als Arbeitsentgelt den Arbeitslohn, das Gehalt, Einmalzahlungen wie Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld. Keine Arbeitsentgelte sind zum Beispiel die echten Abfindungen zur Beendigung eines Arbeitsverhältnisses. So steht es in § 14 SGB IV geschrieben. Näheres zum Thema Arbeitsentgelt finden Sie in unserem Renten-ABC auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.